Das ist Fanny. Fanny will ein Buch. Aber wie kommt das Buch überhaupt zu Fanny? Fanny will stöbern und vielleicht auch noch einen Kaffee trinken. Außerdem liegt der große Buchladen super zentral. Dort stehen die ganzen Bestseller, die sie gleich mitnehmen kann. In Fannys Nachbarschaft gibt es eine kleine Buchhandlung mit einem großen Angebot. Der Buchhändler kennt Fannys Geschmack und empfiehlt ihr immer tolle Bücher. Außerdem hat er viele Reisebücher zur Auswahl. Die Geschäfte haben schon zu. Fanny will das Buch aber morgen haben. Sie bestellt von zu Hause aus auf ihrem Tablet. Die Auswahl im Onlineshop ist riesig. Fanny pendelt. Doch für einen Krimi in der Bahnhofsbuchhandlung reicht die Zeit noch. Und dann ab in den Zug. Fanny ist diesen Monat knapp bei Kasse. Zum Glück hat sie einen Ausweis der Stadtbibliothek. Dort beraten sie echte Profis und aufs Lesen muss sie nicht verzichten. Auf der Parkbank fällt Fanny wieder die Buchempfehlung ihres Freundes ein. Mit ihrem Smartphone lädt sie sich das E-Book runter und fängt sofort an zu lesen. Fanny will Bücher lesen. Besitz ist ihr nicht wichtig. Es soll da Angebote geben. Sie wird sich mal erkundigen. So kommt Fanny heute an ihre Bücher. Wie sieht es 2020 aus?